In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie kollaborativ mit Git arbeiten können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Dokumente zur Kollaboration zur Verfügung stellen. Ebenfalls zeigen wir, wie Sie Ihre Änderungen zwischen dem lokalen und dem Online-Repositorium synchronisieren können. Falls Sie Git noch nicht eingerichtet haben, können Sie in diesem Videotutorium sehen, wie es geht. In unserem lokalen Repositorium haben wir bereits eine Textdatei erstellt. Wir möchten diese nun im Online-Repositorium zur Verfügung stellen. Hierfür aktivieren wir die Kommandozeile. Hier geben wir die verschiedenen Befehle ein, durch die die Arbeit in Git gesteuert wird. Mit dem Git-Add-Befehl legen wir fest, welche Datei für das Online-Repositorium aufgenommen wird. In dem Befehl muss auch der Name der Datei enthalten sein. Zu diesem Zeitpunkt ist der aktuelle Stand der Datei noch nicht gespeichert. Dieses Speichern in Git wird mit dem Befehl git-commit eingeleitet. Hier wird beschrieben, welche Änderung bzw. welchen Entwicklungsstand der jeweilige Commit mit sich bringt. Wir teilen mit, dass es sich um die erste Version des Dokuments handelt. Die Nachricht selbst wird mit dem Buchstaben M eingeleitet und steht für Message. Um die Datei aus unserem lokalen in das Online-Repositorium hochzuladen, benötigen wir den Git-Push-Befehl. Wenn wir nun unsere Ansicht auf GitHub aktualisieren, können wir unsere Datei aus dem lokalen Rechner sehen. Bei jeder weiteren Änderung der Datei wird in GitHub eine neue Version erstellt. Dies geht folgendermaßen. Für die Bearbeitung unserer Datei stellen wir das Standardprogramm auf den Atomeditor um. Wir nehmen im Editor notwendige Änderungen vor und schließen diesen wieder. Die vorgenommenen Änderungen sind noch nicht im Online-Repositorium registriert. Das heißt, das lokale Dokument und das auf GitHub stimmen nicht überein. Die Synchronisierung der Dokumente führen wir mithilfe der bereits gezeigten Befehle durch, also Add, Commit und Push. Es wird empfohlen, den Repositorium-Status nach jeder Eingabe zu überprüfen. Hierfür geben wir den Befehl Geht-Status ein. Nachdem wir unsere Änderungen in das Online-Repositorium gepusht haben, wird dort die neue Version des Dokuments erstellt. So kann man jederzeit ansehen, welche Änderungen im Dokument vorgenommen wurden. Falls eine der Änderungen schief geht, kann man die alte Version wiederherstellen. Diese Änderungen können aber nicht nur im lokalen Repositorium vorgenommen werden, sondern auch online. In diesem Fall läuft die Synchronisierung zwischen den Repositoriumen etwas anders als zuvor beschrieben. Nun zeigen wir, wie dies geht. Mit einem Klick auf den Titel des Online-Dokumentes wechseln wir in die spezifische Ansicht. Wir klicken auf den Bearbeiten-Button und können nun den Text sowie den Titel bearbeiten. Im Bildabschnitt Commit Changes beschreiben wir die vorgenommenen Änderungen. Der dazugehörige grüne Button übernimmt schließlich diese. Im Online-Repositorium können wir natürlich nicht nur bestehende Dokumente bearbeiten, sondern auch neue einfügen. Dies geschieht über den Button Add File. Wir benennen unsere Datei und beschreiben wieder den Commit. Auf lokaler Ebene können wir die Änderungen des Online-Repositoriums mit dem Pull-Befehl übernehmen. Das öffentliche und lokale Repositorium sind nun miteinander synchronisiert. Wir haben heute vier grundlegende Git-Befehle kennengelernt. Add, Commit, Push und Pull. Mit git add legen wir die Datei fest, die in das Online-Repositorium aufgenommen wird. Mit git commit speichern wir die durchgeführten Änderungen und erzeugen somit eine neue Version des Dokumentes. Mit git push übernehmen wir die Änderungen aus dem Lokalen in das Online-Repositorium. Und mit git pull aus dem Online in das Lokale. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen! Untertitelung des ZDF, 2020